Schwarzwildjagd In Ungarn aufgenommen, zeigt dieser Film packende Szenen von Drückjagden auf unser wehrhaftes und schusshartes Schwarzwild. Hier ist Konzentration, Überblick und Schussfertigkeit von den Jägern gefragt. Mehrere starke Bassen kommen zur Strecke. Auf einer Ansitzjagd wird ein hochkapitaler Keiler erlegt. Ein Film für den passionierten Schwarzwildjäger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017